Vielen Dank erstmal für das Erreichen vom Zwischenziel, die 1000 sind geknackt. Unterstützung braucht es jetzt noch so ein bisschen bei der Wiedergabezeit und auch hier die Prozentzeit darf natürlich auch gerne weiter sinken. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Also du brauchst 4000 Wiedergabestunden innerhalb von 12 Monaten und da bin ich jetzt bei knapp 3900 von diesen 4000, die man braucht. Und wenn die beiden Sachen am Start sind, die beiden Sachen erfüllt sind, ein Haken dran ist, dann wirst du, jawohl González, dann wirst du Benachrichtigungen von YouTube. Ja, ja, Klimovic! Oh, der trifft den Ball wieder nicht! Oh, Kerle! Kerle, das ist dein Problem, Klimovic. Wieder richtig gute Chance und dann, ah, der gute Ausgabe war noch früher am Ball als Klimovic. Da war halt sowas von viel mehr drin. Da war sowas von viel mehr drin. Das gibt es nicht, Mann. Aber er ist eine gute Aktion. Oh, Elfmeter! Elfmeter für uns! Klimovic. Ich will nicht sagen, ob er gefoult wurde. Das sah nämlich fragwürdig aus, ob das wirklich ein Elfer war. Das sieht nach ein bisschen wenig aus. Klimovic ist wieder technisch richtig schön, dann geht er vorbei. Ja klar, er trifft ihn. Ist mir fast ein bisschen wenig. Die Berührung kannst du halt nicht von dir weisen. Berührung war da am Fuß. Pfeifen kannst du ihn ganz klar. Wurde jetzt bestätigt. Aber es heißt, er darf ausführen. Elfmeterpunkt ist er normalerweise eiskalt. Jagd das Ding rein. Komm! Jawoll! Nikolas González. 1 zu 0. Führung da. González macht gefühlt weiter in jeden Elfer rein, den er jemals bekommen hat. Ich glaube, der hat wirklich noch nie den Elfmeter verschossen. Sehr, sehr schönes Ding. Gefällt mir. Jetzt dranbleiben. Hast die frühe Auswärtsführung. Die ist wichtig. Der mit Calicciuri, jemanden, der durchaus Freistütze schießen kann. Aber ich glaube fast, dass das ein bisschen weit weg ist. Calicciuri. Boah, junger Vater. Alter. Okay, die Entfernung war dann wohl doch nicht etwas zu weit. Klatscht das Ding in die Torwartecke an den Knick. Ans Lattenkreuz. Boah, Kobel war sogar noch dran. Kobel war noch dran mit den Fingerspitzen. Was ein Ding, Alter. Zweites Tor, das würde ich schon jetzt mitnehmen. Langer Ball leckt mich am Arsch. Sosa. Der spielt einen ganz nach hinten. Silas. 2 zu 0. 2 zu 0. Ist das gut gespielt. Geil gespielt. Man, was war... Von Kempf war der Ball scheinbar. Von Kempf. Alter, was ein Weltklasse Ball. Boah, leck. Was ein Ball von Kempf. Und Sosa, den wollte er dann auch da hin haben. Gonzales ist schon durchgelaufen. Und dann kommt von hinten noch Silas. Der legt ihn auch einfach souverän rein. Junger Vater. Ha, der Ball von Kempf war ja... Oh, jetzt hat Augsburg eine dicke Chance. Vargas. Das ging fix. Das waren nur ein paar Sekündchen. Ja. Tschüch, tschüch, tschüch. Hab ja gesagt, ich mag das Spiel noch nicht abhaken. Jetzt Stuttgart. Klimovic. Abschluss. Was? Da geht drüber von Castro. Das war doch gefühlt ein leeres Tor aus dem Winkel. Klimovic macht das richtig gut. Stoppt nochmal drauf. Boah, dann will ein Castro ins Tor chippen. Klimovic, schieß. Aber er lauft zu lange. Schließt doch lieber ab. Gonzales. Wow. Er leckt, der hatte was vor. Er leckt, der Gonzales hatte was vor. Also erstmal Klimovic. Wieder gut gemacht, aber halt einfach einen Schritt zu viel. Dann nimmt sich Gonzales hoch und macht einfach einen Fallrückzieher. Klar, den muss er halten. Gikiewicz sah aber trotzdem geil aus. Das ist auch so ein Wort, was diese Mannschaft beschreibt. Spielwitz. Stark geholt von Gonzales. Stark abgelaufen. Schöne Flanke. Castro. 3-1. Ne, abseits. Schade, Mann. Das war richtig geil von Gonzales. Und? Das ist kein Abseits. Wir führen mit 3-2-1. Das ist kein Abseits. Jawohl, wir kriegen. Sehr schön. 3-1. Geil. Eine Traumflanke von Gonzales. Richtig schön. Und wie der Kommentator gerade richtig gesagt hat. Wie ruhig und abgeklärt und qualitativ immer noch gut dann uns aus engen Situationen lösen. Ne, Paradebeispiel Mangala. Wie wir uns überall reinschmeißen. Nicht in Hektik verfallen. Nicht irgendwie voreilig irgendwelche Bälle irgendwo blöd hinschlagen oder so, wenn wir mal in Bedrängnis kommen. Es ist so schön. Und Castro. Ha! Tunnel Gikiewicz noch. Wunderschön, Jungs. 1-3. Richtig geiler Chipflanke von Gonzales. Man hat ja nur leider als langer, langer VfB-Fan immer noch so ein bisschen, leider immer noch so ein bisschen das im Hinterkopf. Bisschen noch im Hinterkopf, dass du immer noch irgendwann einfach random einbrechen kannst und es nach hinten losgeht. Aber daran möchte man gar nicht denken. Thema erledigt. Daran möchte man gar nicht denken. Ersam mal. Richter Gelb-Rot weg. Ja, muss. Tschüss, Richter Gelb-Rot. Jetzt auch noch 15 Minuten Überzahl. Boah, schöner Ball von Mangala. Silas. Und? Was macht ihr denn da, Jungs? Geiler Ball von Mangala. Kein Abseits. Silas läuft durch. Wartet, wartet. Legt auf Förster, wo er keinen Absatz hat und legt einfach daneben. Ich meine, klar, er wird so ein bisschen noch behindert vom Augsburger. Spürt ihn in seinem Nacken. Ah, Bruder, das ist ein leeres Tor aus 5 Metern. Das ist ein leeres Tor aus 5 Metern. Förster, bitte. Was ist das? Ah, komm, Bruder. Der muss halt rein. Anton. Jetzt den Kalajcic. Kalajcic. Oh, die Davi. Daniel Didavi 4 zu 1. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass jetzt Kulibali sowie Kalajcic reingekommen sind. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt ist das Spiel dann tatsächlich komplett abgehakt. Der Innenverteidiger chipt das Ding wunderschön rein. Didavi krätscht das Ding rein. 1 zu 4. Wunderbar, Jungs. So, das Spiel ist aus. 1 zu 4. Auswärtssieg bei Augsburg. Ist das geil, Jungs. Sehr, sehr schöner Stream. Sehr, sehr schöner Auswärtssieg. Was will man mehr? Einfach ein Bild aus zwei Welten. Erster Platz Auswärtstabelle. Sechzehnter Platz Heimtabelle. Es ist einfach schön, dass es auf jeden Fall auch keinen Effekt hat. Spielerisch, mannschaftlich, wie auch immer. Was da gerade mit Hits, Fucken und so weiter abgeht. Das hat tatsächlich keinen sportlichen Effekt bisher. Und das ist auch sehr, sehr schön. Und das ist auch sehr, sehr schön.